Yo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch wo die fünf Tontauben Stände sind. Wir fangen an mit Loni Lodge. Hier wo ich jetzt gerade stehe. Hier oben eine Waffe ist meistens immer in der Hütte da vor uns auf Westen und wir legen los. Wir benutzen es mal. Jawohl geht nicht. Niemals drauf drücken. Jetzt einfach es am besten davor stellen und fertig. Das verabschreiben. Okay und willkommen oder gleich sehen wir uns an dem nächsten. So der zweite Spot befindet sich hier bei Loot Lake. Ich markiere es noch mal auf der Karte hier und wir machen wieder das gleiche. Aktivieren. Festhalten, genau hinterher stehen. Kein Aim, muss los. Okay versuchen wir es nochmal, sonst scheißen wir drauf. Okay, nice. Und bis zum dritten. Kommen wir zu Nummer drei. Die befindet sich hier in der Nähe von Shifty und von Flush. Ich zoome mal ran. Hier ist so eine kleine Hütte und da befindet sich das. Okay, wir legen los. Anvisieren. Na gut, aimtechnisch bin ich heute auf jeden Fall nicht am Start. Und wir versuchen es nochmal. Sehr schön getroffen. Bis zur Nummer vier. Willkommen zu Nummer vier. Nummer vier befindet sich hier auf der Seite von Whisky Wheels an der Brücke. Also ich zoome ran. Hier oben, wo ich jetzt gerade stehe. Okay, wir aktivieren wieder das Ding hier. Wir sehen mit der Schrotflinte. Damit ist es am einfachsten. Und haben getroffen. Nochmal. Zwei. Drei. Ja, mit Schrotflinte. Jetzt. Easy going. Okay. Kommen wir zu Nummer fünf und den letzten Ort für den heutigen Tag. So, kommen wir zum letzten Standort. Der befindet sich bei Pleasant Park. Und zwar hier bei diesem Haus. Beim Haus kann man quasi looten. Und dann kann man hier hingehen. Und das Teil hier aktivieren. Wir gucken wieder. Eine Tau. Oh, das fehlt sogar auch. Egal. Okay. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein kostenlose Abo sehr freuen. Aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr erstmal eine Streambenachrichtigung. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.